So viel gelabert. Moin Linux, Windows, Mac-Hilfe. Ja, Moin, Moin zusammen. 1 Uhr morgens. Es ist so viel geredet. Es ist so viel krasses geredet. Es ist so viel geredet. Ich will doch nur spielen. Ohohoho. Ohohoho. Es tut doch nichts. Ohohoho. Es will doch nur spielen. Ohohoho. Ich will doch nur spielen. Ich will doch nur spielen. Das bin ich. Das bin ich. Ich will doch nur spielen. Oh, guck mal, der kennt meinen Namen, Karaso. Manchmal sprechen Charakter im Spiel den eigenen Spieler an. Du kannst den zwischen mehrere Antworten wählen. Noch nicht getroffene Entscheidungen sind in deinem Stern markiert. Entscheidungen, die Tite verleihen, tragen einen Smiley. Manchmal bestimmen sie auch den weiteren Verlauf der Geschichte. Und er meinte noch, du würdest auch nicht bestraren. Warum? Wie bestraren? Ich weiß nicht, aber ich weiß nicht, dass ich die Chance habe. Aber ich weiß nicht, dass ich die Chance habe. Du bist mit Takeshi. Ich bin mit dem anderen Team. Ich bin mit dem anderen Team. Okay, ich bin mit deinem Spiel. 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 Wo es nie gemacht hat. Ich bin mit dem Spiel. Ich bin mit deinem Spiel. Ich bin mit deinem Spiel. Ich bin mit deinem Spiel. Das ist ja so gut. Äh. Tiger-Schuss! Geil, ne? So, 1-0. Ja, von Roger, wegen deinem Post. Obwohl Moku im Übert die Konsequenzen vermied hat. Ich hab mit Roger gesprochen und der fand's selber nur lächerlich. Und, ähm, Roger hat auch gar nicht mehr drauf geantwortet. Aber ich weiß nicht, wo ich bin. Wo bin ich denn überhaupt? Mit dem Schießen. Oh, den hat er gehalten, ja? Tiger-Schuss nicht, Alter. Oh. Was? Ach, komm schon, Digga. Oh, okay. Ach, komm jetzt. Echt, Alter? Jaja. ь. Töger, da? Oh, okay. Ach, komm jetzt bitte. Oh? Oh, das ist... Ach, das ist... Ach, das ist... Ach, das ist... Ach, das ist... es ist einfach nur noch das ist einfach nur noch absurd das ist einfach es Mensch, Aki-Kacke-Wacke-Sacki Junge, halt doch mal den Ball, Alter. Ach, vier Tore muss ich noch. Oh, das gibt's doch nicht, ne? Oh, das stimmt. Oh, das stimmt. Oh, das stimmt. Oh, das stimmt. Na, ein Tore hat gefehlt, ne? Schade. Schade olé, sag ich da nur. So, weiter. Gibt's noch eine zweite Halbzeit, oder? Ne. Die Werte von Teamkollegen werden basierend auf den Teamdaten erhöht. Okay, das gibt vier Kategorien. Tore, achso, okay. Oh, das stimmt. Oh, das stimmt. Ah, das stimmt. Oh, das stimmt. Oh, das stimmt. Oh, das stimmt. Oh, das stimmt. Das stimmt. Ich würde es nicht so aufbauen. Ich bin der Kartein, Hewga. Danach, erst mal wieder, das war der Kartein, hallo Aber das ist das, was ich gemeint habe, ne? Dass es in diesem Selbstmodus, neuer Held-Selbstmodus, dass man halt auch leviert, ne? Dass man halt steigt und besser wird. Ey, mein Controller macht ja von selber. Was ist denn das für eine Kacke? Ich wollte gar nicht das drücken. Wenn du Schwierigkeiten hast, Partien in Episode 9 zu gewinnen, verwendet Trainingsausrüstung und verbesserte Fähigkeiten. Ja, bis jetzt ging es ja erstmal. Und er meinte am Schluss, die Diskussion bringt niemand was. Werte zeigen die Stärkung eines Zielspielers an. Sie ändern sich je nach Dastiken und Ausrüstung an Aktionen und Fähigkeiten. Kr7ali, ja moin, joins his channel. Fähig kann ich mal einen höheren Wert und besseren Spieler. Trainingssüde Episode Neuheit? Deine Spieler gibt es keine Wertbeschränkungen. Nutze alle Attraktionen. Achso, man kann... Ah, okay. Turboschuss. Fähigkeiten. Fähigkeiten. Ah, ich hab noch gar keine Fähigkeiten. Ist ja krass, was man alles so aktivieren kann, ne? Team. Krass, ey. Freundschaft. Du kannst den Fortschritt der Freundschaften zwischen den beiden Spielern und anderen sehen. Erfahre, welche Aktionen du von ihnen lernen kannst, indem du mit den Chorus-Marks hier A und X drückst. Ja, das hatten wir ja schon. Das hatten wir ja schon. Sympathiemission. Noch keine Mission da. Okay. Dann werden wir mal die nächste Partie spielen. Das ist ein, falls wir mal hier sind. Zurück, hey. Such mal wieder? Es ist aber wieder wie auch wir sehen. Dann werden wir da mit dem Kupfusen nie loose. Der Kupfusen spielt über den Kupfusen. Was ist jetzt ein paar Beispiele hier? Ich bin sehr glücklich. Ich bin sehr froh. Ich habe dieative Lebens全en. Ich habe sehr währenddessen. Dass man in der Kupfusen doctein. Ich habe dann schon in der Kupfusen in Kupfusen gesh. Ja! Ich bin bekannt, dass es so hoch ist, weil ich es schon cool ist. Ich denke. Ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Ja. Ich bin glücklich. Hallo Guck mal. Ich bin glücklich. Und dann war es das für heute. Ach guck mal, die Camelot von den anderen Rienern. Sorry. Aber der Hund muss auch mal raus. Okay. Okay, voll das mal. ich finde ich voll cool dass man seine in die gruppen aufteilung so wenn du vor einem spiel eine sympathiegruppe wählst kannst du in den spielen eine enge verbindungslinien aufbauen und aktionen und fähigkeiten lernen gruppen gibt es in kategorien wie mitspieler regalen und dieselben position wie unter freundschaften ausgefüllten spieler die sympathiegruppe teil deines sets ist wie kampferische spieler oder das goldene duo können den sympathie-kombos aktiviert werden wenn du eine gruppe in samtabirat sympathie kombo auswählt bekommst du nach dem schieben mehr freundschaftspunkte nutze sympathie-kommandos in gruppenauswahl du kannst gruppen neu durchmischen und je nach schule des eigenen teams verschiedene teamkombos zusammenstellen oder benutzen so wenn um die gruppe natürlich mit yoga soll ja nicht leben wie ein hund nein aber der muss auch mal kapitän fähigkeiten die nur den zum kapitän an den spieler hat und die in v-zone aktiviert werden viele von ihnen geben den ganzen ganzen team starke boni wenn man so ein besonder neuer hält hat der captain der gewählten schule captain fähigkeiten will den captain unter positionen ändern und team verwalten aus und drücke y-man empfohlen effekte zu erhalten so kann ich denn jetzt aufteilen mein team also taktik ändern ok aber ich kann ich kann nicht das team bestimmen ich kann nicht doch position sag ich doch ok ne ich bin ja schon da vorne alter 109 hat der das ist heftig das ist heftig aber wir sind